Was geht ab? Yo, Bladdies, was geht ab? C10 ist zu Ende geschrieben. Ihr könnt es euch vorbestellen auf formation.de. Und jetzt habe ich mal ein bisschen zugenommen durch das Schreiben. Alles wegen euch. Jetzt kannst du ein bisschen abnehmen. Ein bisschen an meiner Schusstechnik üben. Und Leute behaupten ja, ich brauche mehrere Versuche für den rechten Winkel. Es geht auch an dich, Marius. Nächstes Mal beim Freistoß muss Sadiq antreten. Bam!